Matthias Schweighöfer-Fans aufgepasst! Seit Mitte September ist bekannt, dass die Dreharbeiten für eine zweite Staffel von You Are Wanted begonnen haben. Ab 2018 sollen die sechs neuen Folgen der Thriller-Serie bei Amazon an den Start gehen, in über 200 Ländern. Typisch Schweighöfer beliefert der natürlich auch brav seine Fans mit Schnappschüssen vom Set. Der 36-Jährige postete auf Facebook jetzt ein Foto, auf dem er vor einem Berg kaputter Receiver steht. Dazu schreibt er, guten Morgen, wir drehen wieder, braucht jemand nen Receiver? Und ein Fan antwortet, ein Receiver, mit dem man nur Matthias Schweighöfer empfängt, her damit! Der Rest freut sich vor allem auf die zweite Staffel und schreibt unter anderem, mega Bock drauf, erste Staffel war top. Bei der zweiten Staffel kann der Hauptdarsteller von You Are Wanted sich übrigens auch auf die Gesellschaft von Schauspielkollegin Jessica Schwarz freuen, die neu dabei ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020